Es gibt doch ein Team, ja, das ist... Danach müsste ich noch mal gewinnen, quasi. Aber wie gesagt... Ihr kennt Lucarius Forte, da standst du gerade noch mal. Es ist noch nicht vorbei. Doch, lange nicht. Ja... Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ja. Ich habe wesentlich weniger Schaden als eben. Der greift doch noch an, uncool. Wieder down, recht fix. Ich habe es nicht gesagt, dass ich das nicht gesagt habe. almost. Close enough. Ja, was da jetzt wohl kommen wird. Was macht was denn da? Das ist wieder das typische Problem. Da ist einfach ein fettes Lucario. Und da kann man nicht einfach so... Ne? Ihr seht das Problem. Da kann man nicht einfach reingehen. Gefahrlos. Das ist doch scheiße. Gefällt mir überhaupt nicht. Der Anfang schon. Der ist dumm. Der ist einfach nur dumm. Der ist einfach nur dumm. Der ist einfach nur politisch. Das ist einfach nur dumm. Dass es du für mich königst du absolutenst. Guck dir mal was. Aha, okay. Gaius. Hallöchen, Gaius. So, was willst du? Disharp. Wohltun. Das müssen wir mal vermuten. Das ist ja relativ klar. Hm. Oha. Anders, als ich erwartet habe. Schade. Das macht tatsächlich ein bisschen zu wenig. Jetzt kann er mich einfach abschlagen. Ganz gemein. Das macht es nicht. Du hast nicht. Oh. Das macht es nicht. Das macht es nicht. Das macht es nicht. Ich denke. Ich bin so. Das macht es nicht. Ihr seht schon, das ist die höchste Konzentration hier. Aber das Team hat es auch echt übelst in sich. Generell Stahlmonos finde ich eine der stärksten Variationen, die man zusammenstellen kann, wenn man Monoteam stellt. Eigentlich ist es, finde ich persönlich, sogar die stärkste. Also wenn man ein Monoteam hat, meine ich, finde ich, ist Stahl der beste Typ. Das tut mir gar nicht so. Das ist bezweiflich, dass ich den überlebe. Doch, ich überlebe ihn. Wahnsinn, Griff Heldes. Dein Bulk ist too strong. Für viele. Auch für ihn. Ach, da bleibt aber straight drauf. Aber dieses Spiel können wir zu zweit spielen. Alter, was ist denn los, ey? Super. So viel dazu. Wir können es doch nicht zu zweit spielen, weil ich zurückschrecke. Wer wird gehatet? Nee, nee, nee. Hier soll niemand gehatet werden. Wenn ich gerade den Gesicht kriege. Natürlich überlebt er das auch noch ganz knapp. Zum Schluss. Gehen wir gerade vor dem Gesicht. Okay. Eisenschädel hat keine 50%, Felix, was redest du da? Untertitelung des ZDF, 2020 Das macht sich ein kleines Problem breit Ja, come on So Zu stark Viel zu stark, aber gut, Bischof ist damit auch schon mal weg Ist mir ganz lieb Ja, gar nicht, das stimmt wohl Hier bin ich noch nicht so wirklich Eher angestrengt Äußerst angestrengt Auf einem sehr, sehr hohen Level Äußerst Hmm. I really don't like this. Boom. Yay, Crit. Hast du das gesehen? Runders. Immerhin. Kam grad an, Odla. Kam grad an. Oh, geht raus. Du überlebst pro Stunde Hammer Time. Ja, geil. Coole Sache. Okay. Ich überrasche das an dieser Stelle. So, meine Situation war auch schon wieder. Äußerst dumm. Ich sag's nicht gerne, aber das sieht wieder sehr, sehr schlecht aus gerade. Okay. 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist mega riskant. Bitte, bitte wechseln. Aber das ist meine einzige Chance. Andere gibt es jetzt nicht mehr. Hedron? War das Hedron? Nein, das ist nicht Hedron. Scheiße. Gut, immerhin ist der Plan aufgegangen. So ein bisschen, jedenfalls. Das ist ein bisschen, jedenfalls. Trotzdem, da leben noch die schlimmsten drei Pokémon jetzt. Und jetzt haben wir wieder die Situation, ein falscher Predict oder ein Fehler, sonst was war das Spiel. Willkommen zurück, du viel zu krass Vieh. Was mache ich denn jetzt? Oh meine Güte, Leute, warum? Oh my. 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 Okay, das war der Fake-Predix. Okay, verloren. GG! Kann nichts mehr machen. That was. Fuck off. Hat also doch gemacht. Kacke, ey. Gibt's doch nicht. Das Problem war, ich hatte keine Chance, irgendwas zu tun. Weil ein gewisses Pokémon noch lebt. Und Hydra. Und Wallen. Ja. That's it. Das war's. Das war die Stalltop 4. Ein zweites Mal. Yay, ich hab den Luftballon kaputt gemacht. Hab's kaputt gemacht. Hab's kaputt gemacht. Schon klar, was er gerade vorhat. Will mich totkehrt wenden. Ich hab den Luftballon kaputt gemacht. 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 Die Situation ist ja ziemlich ausweglos, aber deswegen muss man ja nicht gleich Dinge tun. Und wieder Hedron! Dang it! Ah, meine Güte. Ich weiß schon, warum ich sie zuletzt gemacht habe, diese Top 4. Ja, game. Ich weiß schon, warum ich sie zuletzt. Ich weiß schon, warum ich sie zuletzt. Ich weiß schon, warum ich sie zuletzt habe. Wieso überlege ich noch? Yay! Zu schade, dass ich weiß, was jetzt kommt. Richtig. Komm schon, Hedron, du bist ein Spezialverteidiger. Ja, du bist ein Spezialverteidiger, ich sag's doch! Back in Business! Aber wisst ihr was, Leute? Es kommt gleich schon wieder darauf an. Auf das verdammte Speedtie. Und ich hasse es. Warum muss es immer darauf hinauslaufen? Bäm, 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 bäm. Das war klar. Meine Nerven liegen blank. Danke, danke. 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 Heterin, ich liebe deinen Bulk in der speziellen Defensive. Meine Fresse, ich bin tot. Innerlich. Oh. Oh.